hallo und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal schön dass ihr wieder dabei seid in diesem video geht es um ein playmobil action set 6835 ab fünf jahren das feierboot mit disk shooter und einer zehn punkte zielscheibe und das unboxing geht auch gleich nach dem intro los bis gleich so also hier auf der rückseite könnt ihr mal einen kurzen einblick haben wie das ganze so aussieht ansonsten habe ich euch das set auch unten in der video beschreibung mal verlinkt da könnt ihr euch das anschauen und auch bei wunsch kaufen es kostet 8 eur 99 momentan bei amazon so hier habt ihr die aufbauanleitung dann ein kleines beihift wie immer hier die zielscheibe den schraubendreher und natürlich das feierboot so sieht das feierboot aus wenn es zusammengebaut ist ihr habt hier unten den kleider habt ihr hinten die schuss vor richtung ihr seht ihr könnt das bewegen und dadurch werden die disks dann abgeschossen und dann habt ihr hier die zehn punkte zielscheibe so und ich kann euch das ganze mal kurz demonstrieren ihr seht die disks fliegen ganz schön weg also die haben einen richtigen power schuss drauf da geht mächtig was so jetzt habe ich getroffen wie gesagt ich habe es euch unten mal verlinkt schaut euch an wenn ihr interesse daran habt ansonsten lasst ein like und ein abo da und wir sehen uns in meinem nächsten video bis bald R efficient mira aber los vers ges